Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Crew USA World Champion, heute mit dem dritten Rennen und natürlich ist Svali wieder dabei. Das Rennen sieht nämlich heute so aus, wir fahren hier vom Pentagon in Washington hier hoch und das Ganze findet an der Ostküste statt mit dem Straßenwagen auf der Straße und das Ganze sind 47 Kilometer. Schön, dass du in mir stehst. Das magst du, Bruder. Ja, können wir anfangen. Gut, dann auf die Plätze! Fertig! Los! Ich hab schon mal die erste Kurve vergeigt. Ja Gott sei Dank hier. Äh. Okay, klebst mir doch immer noch am Arsch. Ja, ja, du bist... von den Sekunden her bist du immer noch hinter mir, oder? Hä? Was? Von den Sekunden insgesamt her bist du immer noch hinter mir, oder? Äh, ja. Klar, weil das erste Rennen war ja... habe ich gewonnen, oder hast du das gewonnen? Weiß ich gar nicht. Gott, und das zweite Rennen war ja... mehr oder weniger unentschieden, haha. Boah! Jawoll! Oh, hier ist ein Satellit. Oh, meine sei so schöne Windschatten genutzt. Heise! Heise! Oh, hier steht ein Taxi. Woll, zwei Kilometer haben wir schon. Oh, mein Gott! Hm. Wieso fahren die Autos zu fahren? Also wir beide, ich und Vali fahren mit unserem Chevrolet Camaro SS. Schöne gleiche Berechtigung. Mhm. Beide gleiche Stufe. Äh. 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 An alle Einheiten. Boah, das wär so geil, wenn nur auf seiner... äh... ...rezahl. Alter, scheiße, 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 ich bin hin. Hä? Setzt du dich schon wieder zurück, oder was? Alter! Komm, ich mal hin! Versuch da mein Windschatten zu kriegen. Alter, was? Alter, komm, jetzt bin ich im Arsch! Ich bin auch kaputt gegangen. Wo bist denn du auch hinter mir? Geil. Uff! 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 Boah! Alter, ich bin jetzt glaube ich schon 20 Mal kaputt gegangen. Was? Du bist auch kaputt gegangen. Guck, aber das ging ja. Das ist geil. Ey, wie jung, Alter? Wieso ziehst du mir so davon? Ja, ich hab's halt drauf. Meine Nippel halt. Wohin, 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 wohin. Klapp auf. Boah, das klappt auch. Boah, jeder leg mich am Arsch. Alter, jetzt hörst du aber auf. Hä? Alter, fiss dich! Fiss dich! Tschüssi! Alter! Alter, leg mich doch! BAM! Alter! Blöde Soutenweg. Jetzt ziehst du mich aber weg, ey. Ja! Alter, ich hab irgendwie Angst, dass ich die Ausfahrt verpasst. Boah, stimmt. Boah, du hast mir grad Angst. Ich hab gesagt, ich muss da runter. Ich bin schon vom Gas. Oh, hier gibt's ein Auto. Habe ich wahrscheinlich schon. Boah, scheiße, jetzt bin ich kaputt! Tschüssi! Oh, du! Alter, scheiße, jetzt bin ich kaputt. Jawohl! Ziel erreicht! Das ist das Auto direkt in den Weg gestellt. Ach, scheiße, jetzt sollte ich schon da runterfahren. Oh, ich auch. Sieht aber echt so aus! Hä, wieso bremst... Wieso bremst bitte ein Auto? Auf der Autobahn? Auf der Autobahn, wenn keiner vor ihm ist! Also, was hat der denn gegessen? Alter, wie kann man nur zwei Spuren gleichzeitig wechseln? Ja. Ne, man's kann. Äh, das können da in der Crew fast alle. Hast du bestimmt auch schon mal gemacht? Ne. Nein. Ich fahre nach der Verkehrsordnung. Ja, auf jeden Fall. Wie jetzt gerade auch. Ja. Oh, jeder! Boah, Alter, das ist ein geiler Drift. Ja, mach ruhig weiter. So viel Scheiße. Kommt alles mit zugute. Leider, ja. Aber das blöd ist jetzt wahrscheinlich schon wieder, machst du wieder keinen Fehler. Ja, dann komm so ins Ziel! Das ist ein Scheiße. Ich weiß, das ist langweilig. Alter. Okay, da ist schon der Fehler. Oh, bei mir aber. Oh, was? Ich werde vielleicht von der Polizei verfolgt. Ja, wirst du. Ach toll, jetzt bin ich dir hinten drauf gefallen, mich hat's gestoppt, du fährst weiter. Ja, Gott sei Dank. Alles im grünen Bereich. Oh, ich bin der Scheiße. Hm. Es sind ja schon wieder so viele Autos. Guck mir am Arsch, ey. Geht's doch alle weg. Komm. Boah, Alter. Was ist das für die Schicke? Hilfe. Heise. Heise. Da wohnt das Auto hinter mir immer schnell ran feilen. Oh nein. Hat's dich erwischt. Ungeschaut. Ey, wie viele Autos hier schon wieder sind, äh, leg mich am Arsch. Alter, kannst du doch nicht nur ein Fehler machen. Hä? Kannst du doch nur einen Fehler machen. O, Alter. Oh, Alter. Scheiße. Ich bin kaputtgegangen. Bist du auch kaputtgegangen? Ne, ich hab mich durchsetzen lassen, aber sonst wäre ich kaputtgegangen. Ach stimmt, du setzt dich ja immer zu euch. Gib dir da keinen Punktabzug. Wolltest du nicht die Polizei rammen? Ähm, wenn ich eine finde? Achso, da war eine. Aber weh, aber weh, jetzt hab ich dich. Ey, was? Wir sind so schnell. Windschatten. Ach, scheiße, muss man da runter. Alter. Aber jetzt hab ich dich. Ich bin übel erschrocken, Junge. Ach, Frau Wilde, ist das Renni eh gelaufen. Richtig geil, genau auf das hab ich gewartet. Alter, du glaubst gar nicht, dass ich mich erschrocken bin. Wolltest du einfach mal BAM und echt. Es gibt keine Regeln im Spiel, also. Super. Ja, ich weiß schon, das nächste Rennen, wenn es da wieder Offroad ist, dann kommst du gleich wieder daher und rammst mich zur Seite. Alter, jetzt bist du aber fast einen Kilometer hinter mir. Ja, warum nur? Alter, hey, oh Leute. Achso, du bist jetzt kaputtgegangen. Alter, super. Super. Alter, scheiße. Jetzt läuft's, ey. Nein. Jetzt läuft's. Wir sind heute einfach kaputtgegangen. Nur weil ich ein Auto leicht gestoßen habe. Oh, die Hälfte haben wir schon. Also ein bisschen mehr als die Hälfte. Viel mehr als die Hälfte. Ja. Zwei Drittel haben wir schon. Alter, was ist denn jetzt los hier? Ja. Das war ich echt solide. Ich war richtig scheiße. Es gibt Zeit. Oh ja. Naja, aber du weißt, es sind noch 17 drin. Super. Da ist noch viel drin. Da kann ich noch so viele Sekunden auf dich gut machen. Haha. Was ist denn da unten? Nein, ich will den Test nicht machen. Also ich bin jetzt in Old Chart Beach. Na, ich nicht. Alter, biegt der ab, oder was? Hä? Der biegt gerade ein Auto ab und ich fahr vorbei an ihm. Achso, ich mein, der hat fast reingefahren. Oh, Junge, Alter. Bin ich viel zu schnell. Oh, jetzt ist es schon unter 9 Kilometer. Oh, Mann, ey. Weil du immer rammen musst, ey. Bei dem Spiel gerade extra. Achso, ich mein, bei dem... LOL. Upsala. Okay, jetzt ist es... Bei dem World Cup, sag ich jetzt mal, mach ich es doch extra gerne. Aber ich mein, ich hab's ja fünfmal gemacht oder so. Du checkst es immer noch nicht. Hä? Ich dachte, wenn ich dich hinten drauf gefahren bin, dachte ich, du weichst es gleich aus. Aber dann bist du stehen geblieben und dachte, okay, fahr ich dir jetzt rein. Hä, bei was denn? Ja, du bist ja immer hinten rein. Ja. Die kommt doch nicht auf die Idee, mal nach hinten zu schauen. Ja, weil du ja immer verlangsamst wurdest. Und dann hat es übel den Vorsprung. Hab ich mir gedacht so, jawohl. Jetzt hab ich erstmal Ruhe. Fick dich, Polizei. Äh, und dann kommst du da auf einmal, Junge, Alter. Ich will einmal kurz nicht auf die Kante und war es 400 Meter hinter mir oder keine Ahnung, 300 oder sowas. Alter, leck mich am Arsch, ey. Da geht es schon in die Zielgerade. Ach, scheiße, das war zu früh. Äh, neun ist mich hin. Alter, es geht alles von meiner Zeit weg. Ja, super, du kriegst doch eh wahrscheinlich Maximum 10 Sekunden. Alter, was ist denn heute los, ey? Oh, ich hab's gedreht. Oh, oh, oh. Nix. Irgendwo, weißt du, da ist mich gedreht. Weil ich dich auf der Karte sehe. Wieso? Vier Kilometer. Alter, wohin? Das sind mehr wie 10 Sekunden. Natürlich. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Beach Party. Oh, und tschüss. Hä, what the fuck? Wer ich denn gespawnt? Oh, da ist das Ziel. Ja, das kann ich auch. Ah, das scheiße, jetzt hab ich's verkackt. Und die Zeit läuft. Ich bin da. Ich bin da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, das sind über 30 Sekunden. Ja, ich hab nur noch zwei Kilometer. Das war ein Drecksrennen, du kleiner Spasti da. Ja, aber immer. Komm, ey. Gerne doch. Hä? Gerne doch. Ach, da kommt ja die Flitze. Piep in die Nase schon. Ja. Alter, vergiss das. Alter, Junge! Was? Du gehst nicht kaputt? Doch. Also, ich mein, ich war kaputt. Ne, da unten wurde ich zurückgesetzt. Ja, gut. Ähm. Das waren so und so viele Sekunden. Die stehen jetzt da unten. Und die Gesamtzahl der Sekunden, die ich jetzt Vorsprungaufwahl habe, die seht ihr jetzt auch da unten. Ähm. Ja, ich sag's dann nochmal nächstes Mal, wie viele Sekunden jetzt insgesamt sind. Und, ähm. Ja, nächstes Mal geht's dann weiter mit dem nächsten Rennen. Das kann ich euch auch gleich zeigen. Das findet nämlich von... Äh, hier oben. Also Offroad mit dem Renni-Wagen. Ähm. Ne, zeichne ich erstmal den Zielpunkt ein. Der ist nämlich hier unten. Hier an der Grenze. Hier an der Grenze. Zu den Zielstaaten und mittleren Westen. Und... Los gehen putz. Hier oben. Sind da. Wie ihr hier jetzt auf dem Bild seht. Äh, 40 Kilometer. Das alles mit dem Rally-Wagen und weiterhin an der Ostküste. Das letzte Rennen an der Ostküste. Und, ähm. Ja, genau. Da geht's dann los. Und, ähm. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Das war's von mir und Wally. Äh, danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüssi. Um. Woof-Waas ast Bis zum nächsten Mal.